Du hast eine Kamera? Du hast eine tolle Kamera? Verstehst du deine Kamera? Weißt du, was die Zahlen und Abkürzungen bedeuten? Werden deine Fotos gut? Könnten deine Fotos besser sein? Wie wäre es mit einem Workshop? Keine Sorge, du kannst zu Hause bleiben. Wir zeigen dir, wie es geht. Du lernst die wirklich wichtigen Funktionen deiner Kamera kennen. Du lernst, wie du Fotos gekonnt komponierst. Du lernst, deinen Blitz sinnvoll einzusetzen. Und du lernst, wie du mit Hilfe von Photoshop deine ohnehin schon tollen Fotos noch veredeln kannst. Der Clou? All das bringen wir dir online bei. In kleinen Gruppen. Und natürlich live. Dabei sitzt du nicht nur vor deinem Display und hörst uns zu. Stattdessen wirst du auch immer wieder kleine Aufgaben bearbeiten. Du setzt also alles direkt in die Praxis um. Nur so lernst du effektiv. Klingt gut? Dann melde dich an! Alle Infos und die Termine für unsere Workshops findest du unter www.foto-erhard.de. Wir freuen uns auf dich! auf! Von Untertitelung des ZDF, 2020